Ahahah Ahahhh Mein Gott So Weiter geht's Warten mal Ne Ich bin behindert Was du der Ding? Ahahhh Ich bringe es nur eins Holla Holla He Muss eigentlich wieder meinen Standardspruch bringen Das kenn ich nicht Aber das macht nichts So wir machen weiter Mit Genau Mit Flaming Mit grünem Edelstein sogar Na dann Na dann Mal gucken wie viel wir heute schaffen Ich werde Cortex heute besiegen Und dann Geht schon Los mit bald Mit den Zeitreliken Endlich Ferien Ah Seit Montag Oder beziehungsweise Seit dieser Woche Haben wir nämlich theoretisch auch Theoretisch He Ich habe am Dienstag meine mündliche Puffung Ich muss die Daumen drücken Alles klar Pfff Als ob ich daran denke Uiuiuiuiui Okay Das sind komische Gegner Achja In diesem Level musst du alle Nitro-Kissen mit der Bazooka zerstören Oh Habt ihr es gesehen? Ey Gar nicht gesehen Hallo ACDC Wie geht es dir? Ich muss mal Er hat mir die Hose geklaut Ich muss mal netter sein Fällt mir halt mal so auf Hab ich mal so bemerkt Ja Wenn jemand kommt dann muss ich auch Warum bin ich jetzt gerade zu dumm? Muss ich ihm auch mal hallo sagen Bisschen nette Fragen stellen Okay er macht auf jeden Fall immer dann wenn er zurück geht Hört auf Hab ich auch gerallt Uiuiuiui Es war knapp glaube ich Uiuiuiui Ahem Hallo Snap gesehen? Nee Bin es immer voll gemein zu mir Warte hast du gesehen Warte hast du gesehen War Brain after Ne hab ich nicht Hallo Leon 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 Wie geht es dir? Mir geht scheiße weil ich die Anzahl verrecke Weil ich schlecht bin Ich bin gleich wieder Game Over Stream geht 8 Minuten ich bin gleich Game Over GG Oh Gott Ich bin immer konzentriert Naja muss irgendwie Das klingt deprimierend Warum bin ich hier eben so durchgespeedet ohne Probleme und habe jetzt Probleme? Weil ich nicht drüber nachgedacht habe eben glaube ich Gucken Leon 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 One day dauert es eben ein bisschen Warte ich kann doch hier auch Fehlt weh die Tasse war das? Nein das war falsch Ah Ja Danke dafür Wow Das war interessant Mann Wieso? Wtf I smell game over Oh Das Level wird uns noch eine lange Zeit begleiten Ich glaube es wird doch noch nichts mit Cortex klatschen heute Flaming passion Und von mir auch einen wunderschönen guten Tag in der Stream aufzeigen Hört euch Popcorn Und lasst euch von mir boxen Weil ihr reingeguckt habt Willst du Leon 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 Neuer Part Jaaaa Was macht der denn da? Mal vor den Vor die Ausraster gehabt Habt ihr das gesehen? Kching 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 Ich kann Doppelsprung für immer mal wieder so ein Scheiß Doppelsprung man Wieso vergesse ich den immer Das ist bitter Nein ich lasse ihn jetzt in Ruhe Hey das ist geil Mach gern wie die Begrüßung und sag nur Bescheid Jaa Ach du heiliger Machen wir lieber Machen wir lieber Machen wir lieber safe Wollte ich sagen Ist weg Für der Star eingesammelt Die Fähigkeiten die ich auch nutzen sollte Jaaaa Stimmt Bazooka kann ich auch noch machen Babababababababababababababababababababababababababababababababababab Es ist komisch Wow 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 Was passiert hier? Es ist komisch den Crash Bandicoot eine Bazooka zu haben man Ich weiß auch nicht Gibt es die in Teil 4 auch? Wusstet auch dass da was kommt Nya 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 Habe ich die angemacht Verkackt Ah das sollte ich Was für ein Geräusch Das sollte ich aber bei Gelegenheit mal machen wegen grünem Edelstein Wegen des grünen Edelsteins Die Frönen hier dem Genitiv ja Das wäre ärgerlicher gewesen wenn ich jetzt das erste mal gestorben wäre weil da hinten war die Toastplattform Kann ich denn die warte machen? Das ist ein Ende der Bums hier nochmal So geht das Nein Ah Ich bin ich habe X gedrückt Okay ungelogen heute ist einfach abs Okay das war interessant Heute ist komplett abriss Der kriegt nichts gebacken Holy moly Oioioi Wie wie L2 Warum L2 Das ist eine komische Taste Mann Ich Deine Mutter Boah ne ey Der kotzt war dem Level man Da So Au Oh Hä Mado Oh Dankeschön ey habe ich eigentlich nicht verdient falls es uns bleibt ich bin immer ja die kann ich eben nicht schlecht töten glaube ich kann ich doch nicht schlecht dann denke auf jeden fall an das zerstören der niedruck ist die können auch noch später geholt werden sollte es vorher nur einige andere nicht versuchen zu holen ach so ja das stimmt wohl ich will mal mit dem anderen r button dann abfeuern wie habe ich den besten blick drauf nichts neues geht immer noch geht immer nach ein paar leben hoffentlich was auch die zeit eigentlich zehn minuten ok ja hier muss ich jetzt aber ich habe kreis gerückt zum feuer und dann rutscht er einfach da muss ich erst mal hochfrequenz schreien ich habe mich verregnet Ich hoffe, ich verregne Du bist langweilig Du bist nicht langweilig, Schatzi Nur ich bin schon so früh wach Und dann war ich einfach nur noch müde Oh Ja Ich bin froh, auch in der Schulzeit Nie früh aufstehen zu müssen Gemuss zu haben Nee, was ist nicht so richtig früh Man, ich erforsche bald Warum jetzt? Kann ich das irgendwie machen, ohne zu verrecken? Guckt ihr das von dir? Ich fühle es tatsächlich so unlogisch Okay Man Warte, was Erzähl ich, wie ich jetzt wieder schlafen kann Ähm Ey, ich muss halt diese Tasse Ja Tasse aber die PS3-Controller Mittlerweile So Gehen wir kurz gucken Ich muss ja jetzt wahrscheinlich Ja Das Problem ist, ich werde nicht alle dadurch kriegen, glaube ich Wie mache ich mal eben kurz hier vorne kaputt Geht gleich auch noch So Ich habe einen Doppelsprung gemacht Das Spiel ist einfach behindert Mann, wie soll ich denn so schwulen Frosche machen? Hashtag No Homophobic Äh Äh Thoughts Ding Es ist du ein Wort Äh 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 Ich finde es ja mega nervig Dass ich Ne Ich muss halt Mit dem hier mit dem Trigger In diesem Fall Zielen Und dann mit dem Steuerkreuz Zielen Das ist halt Eigentlich soll das nicht so sein Ich weiß keine Ahnung, wenn er PS1-Controller ist Und Oh Gott Man auch eigentlich anders zielen soll Karte können Mit dem Stick Aber meiner Konfuration geht das nicht Mir geht es ja vor, wenn man heißt gerade so auf den Sack, ne? So Kring Oh Warte mal Ich geh die Bahnwohnen ein paar Meter weg Äh Ich hab das Leben weggewirft Fuck Wird sie getötet? Und seien schon Äh 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 Geh ich gar nicht da oben, wa? Giese Sache Äh 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 das ist ein witz ich jetzt wirklich ein crash pentagon 3 nachdem ich 1 und 2 durchgespielt haben so gestorben ist es gerade wirklich passiert ist noch nicht so ganz wahrhaben möchte sein ja und die kiste ich kiste auf dem vergessen das geht mir gerade richtig auf den puffer ne alter vater 5 uhr morgens aufstehen ja wie gesagt musste ich nie ich kann mich nicht töten ich sterbe ich sterbe nicht gesehen was sagen die zahl ist ein bisschen abgeschnitten v-sync anmachen bitte oder ausmachen oder was auch immer aber dann funktioniert fast 15 minuten im level verbracht also über 15 minuten dann kannst du ja nicht sparen kollege so vorletztes level mad bombers vorletztes level zumindest bevor wir vortex klatschen koko vergesst nicht dass wir nicht nur gegen doktor cortex kämpfen hütet euch vor uka uka kinder er ist gefährlicher als ihr denkt ok joo wie das aussieht nein kann man ein paar kisten kann man machen na das ding hebe ich mir mal auf falls ich damage kriege auf der kiste ja genau da krieg ja leben ne Wäre ich denn auch geheilt, wenn ich die Kiste kaputt mache und ein Leben mitnehme? Warte, warte, warte. Na okay, ich werde trotzdem gerade sehr schön. Umpa, umpa. Oh. Oh. Mann. Knauze. Danke für uns. So. Ja. Edelsteine habe ich schon mal. Bring mir mal nichts, weil die Typen mich wahrscheinlich töten werden. Wenn ich so viel einstecke. Wow. Wie halten die denn aus, die Flugzeuge? Hm. Achso, wo ist die Engines? Ah, okay. Das ist gerallt. Äh, ist jetzt nicht so geil. Die erste Hute, die nicht schaffen. Die Typen mich dafür zu hart angreifen. Was ist das, was ich schon demoniert habe? Was ist das, was ich schon demoniert habe? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, shit. Ich will, dass man das auch mal gesehen hat. Hab ich noch? Warte mal. Hab ich noch die Kisten? Natürlich nicht. Äh, das heißt... Bläh, 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 bläh. Leon, die Kiste, ja, bla bla, nicht das letzte Level. Roy, 4L Panda. Und so viele neue Leute, die ich nicht kenne. Royal Panda, 8, 4L. Oh, ich bin so doof. Uka, uka. Unter unseren Betten? Nö. Hallo, Ed Friesen, Junge. Hallo, David. Hättest du mal nicht alle Lebenskisten zerstört? Ey, ich hab ja dann immer dann, 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 ne? Ich hab nur dann geworfen, wenn ich auch wirklich einen Schaden hatte. Äh, das ist nicht der Grund. Weil ich das zu lange getrödet hab. Mach ich nämlich jetzt, wenn ich die Dinger sehe, kann ich die nur noch mal kaputt machen. Pandey! Alter, hab ich sogar 66% runtergegeben. Mann! Es geht einfach kurz. Dankeschön. Achso, ich hab das Lebensding gerade gar nicht. Jetzt bin ich gleich tot. Ich bräuchte mal ein Lebensupdate. Ja, toll. Natürlich wieder mal ein Ende der Map. Danke dafür. Boah, ist das nervig, Mann. Wo bin ich? Mann! Alter, ich baller mich halt so schnell runter. Oh, der Helm. Wo komm ich jetzt an? hmmm ahhh, jejejeje, das ist ganz schön nervig schon wieder weil ich mich da halt so schnell niederböllern einfach nur vor allem ist das andere lebensupdate wieder, da lebensupdate nennst du immer geh mir auf den Sack, Kollege Peilen entkommen, Alter hmmm hmmm ne 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 ne, Kollege ne 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 ne, Kollege Hallo? Sag, gehst du mal kaputt? Komm, warum ein neuer, war? Vielleicht nur noch das. Alter, die Hälfte ist schon wieder weg. Was ist das denn? Alter. Das ist halt nicht mehr normal. What the hell? Jetzt wieder, bis dann sind wir bei. Wieder toll überlegt, so. Das letzte Video auf einen Zugeflogen kommen, ey. Ja, das war's. Vielleicht. Oder nicht. Mann. Oh, Jesus, Alter. Hä, hä, hä. Okay. Nachgelöscht. Hä, hä. Jetzt kommt auf an, wenn man indische Zahlen teilen möchte. Du armes Ding. Wenn du die Gegner nicht siehst, können sie dich übrigens auch schwieriger treffen. Warum zerstörst du die langweiligen Kisten? Verstehe dich nicht. Warum zerstörst du alle Kisten? Hä? Warum? Äh, äh. Ah. Be, 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 be. Meine Nachrichten haben fast 20 Sekunden, was ich höre. Sehr schön. Ist nochmal ein Level, ne? Hä? So, der ist ein Level vor Cortex. Hey, bugleide. Das ist ein komischer Name. Oh nein, bugleide. Oh nein, ist das so ein Level? Ist das ein Dunkelheitslevel? Oh mein Gott, die Aufnahme geht schon zehn Jahre. Oh, ich hab' ich vergessen. Ich muss einen Folgenwechsel machen. Oh nein, ich hab' ich vergessen. Oh nein, ich hab' ich vergessen. Oh nein, ich hab' ich vergessen.